Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supermarkt Prospekte und Angebote Deutschland. Willkommen bei Penny. Vom 14. bis 19. Oktober erwarten Sie spannende Rabatte in vielen Kategorien. Ob frisches Obst und Gemüse, Fleischprodukte, Haushaltswaren oder Bio-Artikel. Bei Penny finden Sie diese Woche zahlreiche Angebote zu unschlagbaren Preisen. Nutzen Sie die Gelegenheit, qualitativ hochwertige Produkte zu günstigen Konditionen zu erwerben und sichern Sie sich die besten Deals der Woche. Diese Woche bietet Penny ausgewählte Obst- und Gemüseprodukte zu reduzierten Preisen an. Ob frische Äpfel, saftige Orangen oder knackiges Gemüse. Die Auswahl ist groß und die Qualität stimmt. Machen Sie Ihren Einkauf noch gesünder und profitieren Sie von den attraktiven Angeboten. Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, sich mit frischen und leckeren Produkten einzudecken. Die neuesten Rabatte schnell erfahren, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, das Video zu mögen. Entdecken Sie diese Woche bei Penny eine große Auswahl an frischen Fleischprodukten zu reduzierten Preisen. Egal ob Sie nach Rind, Schwein oder Geflügel suchen, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Genießen Sie hochwertige Fleischqualität und profitieren Sie von unseren attraktiven Angeboten. Gesund und lecker einkaufen? Das geht bei Penny. Diese Woche sind zahlreiche Bioprodukte aus den Bereichen Obst, Gemüse und Lebensmittel zu reduzierten Preisen erhältlich. Entdecken Sie die besten organischen Optionen und genießen Sie frische, qualitativ hochwertige Produkte zu unschlagbaren Preisen. Mit unseren Bio-Angeboten machen Sie nicht nur sich selbst, sondern auch der Umwelt eine Freude. Natürlich und nachhaltig genießen. Ich bin aus, ich bin aus der Dienst für uns decided, dass Sie Menschen die Kirche zusammenstellt, Ich bin aus der Dienst, aber ich bin aus der Dienst, Bern und wie in der Dienst die Kirche. Jetzt ist das Video. Ich bin aus, dass duest, was meine Kreisse und rotzange an dem Money-Geschmacken. Ich bin aus der Dienst in der Dienst. Ich bin aus, dass du nicht so viel€атов und wachnen. Beide mich zu mir auf uns zu dem, was ich zerstören. Wie geht es um gewartig sein als Unternehmen, das geht. Dann sehen Sie mich, als Sie das, was ich ganz gut-zune lightning. Ich bin aus, jetzt offen. Diese Woche erwartet Sie bei Penny eine große Auswahl an reduzierten Artikeln aus verschiedenen Kategorien. Von Lebensmitteln über Getränke bis hin zu Reinigungsmitteln. Hier ist für jeden etwas dabei. Nutzen Sie die attraktiven Angebote und sparen Sie bei Ihrem Einkauf. Verpassen Sie nicht die besten Deals der Woche. Schauen Sie vorbei und entdecken Sie die Vielfalt unserer Produkte zu unschlagbaren Preisen. Ihr Geldbeutel wird es Ihnen danken. Liebe Zuschauer, mit unserer Hingabe und Freude am Erstellungsprozess arbeiten wir daran, Ihnen die besten Videos zu bieten. Es gibt viele Möglichkeiten, unseren Kanal zu unterstützen und jede Unterstützung von Ihnen ist für uns sehr wichtig. Abonnieren Sie, um sofort über neue Videos informiert zu werden. Helfen Sie uns, mehr Menschen zu erreichen, indem Sie unsere Videos teilen. Außerdem können Sie uns direkt mit dem Super-Danke-Button unterstützen. Jede Unterstützung ermöglicht es uns, unseren Kanal weiterzuentwickeln und qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Holen Sie sich die besten Angebote exklusiv in der Penny-App. Nutzen Sie die Gelegenheit, von den vielen App-exklusiven Rabatten und Aktionen zu profitieren. Laden Sie die Penny-App herunter und sichern Sie sich unschlagbare Preise bei zahlreichen Produkten. Zusätzlich gibt es regelmäßige Überraschungsangebote, die nur in der App verfügbar sind. Es lohnt sich also, immer wieder reinzuschauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alles, was Sie für Ihr Zuhause brauchen, finden Sie diese Woche bei Penny. Von Küchenutensilien über Dekorationsartikel bis hin zu Elektronikprodukten. Hier ist für jeden etwas dabei. Richten Sie Ihr Zuhause neu ein, verschönern Sie Ihre Wohnräume und machen Sie es sich gemütlich. Nutzen Sie die attraktiven Angebote, um Ihre Wohnung mit hochwertigen und günstigen Produkten auszustatten. Verpassen Sie nicht die besten Deals aus der Kategorie Haus und Leben. Liebe Zuschauer, mit unserer Hingabe und Freude am Erstellungsprozess arbeiten wir daran, Ihnen die besten Videos zu bieten. Es gibt viele Möglichkeiten, unseren Kanal zu unterstützen und jede Unterstützung von Ihnen ist für uns sehr wichtig. Abonnieren Sie, um sofort über neue Videos informiert zu werden. Helfen Sie uns, mehr Menschen zu erreichen, indem Sie unsere Videos teilen. Außerdem können Sie uns direkt mit dem Super-Danke-Button unterstützen. Jede Unterstützung ermöglicht es uns, unseren Kanal weiterzuentwickeln und qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ab dem 17. Oktober gibt es bei Penny wieder attraktive Wochenendangebote. Zahlreiche Produkte aus verschiedenen Kategorien warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Und das zu besonders günstigen Preisen. Egal ob Sie Lebensmittel oder Haushaltswaren suchen, hier finden Sie die besten Schnäppchen. Machen Sie das Wochenende zu einem besonderen Erlebnis und sparen Sie dabei mit unseren exklusiven Rabatten. Wir versuchen unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Eure Meinung und Eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Um über die neuesten Angebote und Katalograbatte informiert zu bleiben, können Sie unseren Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren. Sie können uns unterstützen, indem Sie die Videos, die Ihnen gefallen, mögen und teilen. Außerdem sind Ihre Kommentare und Feedbacks für uns äußerst wichtig. Indem Sie Ihre Ideen und Meinungen mit uns teilen, können Sie uns dabei helfen, bessere Inhalte für Sie zu produzieren. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung.